Oh, hier ist auch noch ein Dings. Ach, haben die die Brücke wieder verschoben, oder was? Oh Gott, ist das Wasser, oder? Boah, was geht ab? Schnell töten. Nur die zwei? Uh, nice, ich kann ja plündern, während ich die Waffe angehe. Uh, Bainlinge, Bainlinge. Kommt die wieder? Ich dachte, den hätte ich mal abgeschlossen. Ich hasse die, Wichser. Oh Gott, hier oben. Komm schon. Go down, Bainlings. Fuck, da kommt ein Bainling von links. Nein, er wollte. Er wollte. Er wollte. Oh Gott. Und zwar nicht der Heal. Jawohl! Heal! 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 Nice. Mehr Heal! Oh, da ist ein Skinless Heal. Okay, wo sind die Roller? Keep rolling, 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 rolling. Viereinhalb Sterne für die Bailinge. Die haben ich ja alle über den Haufen gerollt. Na gut. Welchens weiß ich, wo ich hin... Oh Gott! Die gehen jetzt einfach hier überall rum. Ja. Willst du mich trollen? Machen wir das Ding kaputt. Ja! Das ist sehr gefährlich. Kann ich da nochmal einen Quicksafe machen? Nicht, dass wir jetzt einfach explodieren. Wahnsinn. Oh! Oh! Die Tür hat nicht geblinkt. Secrets! Boah, sehe ich da Rüstung. Oh, aber geil. 50 Armor, baby. Uh, boop. Was gibt's hier oben? Munition. Ah! Karma! Geheimnis gefunden. Nice. Nehme mal mit. Quick Save! Wir haben so viele Knöpfe, die wir jetzt... Oh, wir heben den Kutane an. Was war das für ein Geräusch? Und da kommt der Autosave. All right. Dog number five. Dog number five. Bumps, 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 bumps. One, two, three, four, five. Everybody at the dog. So come on, let's drive to the... Digga's around the corner. The boys and... Warum gibt's hier schon wieder so viel Loot? Das macht mir Angst. Und so viele Plätze, wo man sich verstecken kann. Angst, Angst. Angst, 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 Angst. Oh Gott. Wo ist der Blut? Warum liegt hier eigentlich Stroh? So viel Platz, hier kommt bestimmt das. Oder was? Wer ist Luftkampf? Wer ist Nahkampf? Werden es Bainlinge? Werden es Axtmänner? Ich hab doch was gehört. Ich seh aber nix. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal davor. Äh, Angst. Da kommen die Lecks wieder. Das ist einfach ein zu großes Gebiet, so wie es aussieht. Das brauchen wir alles nicht. Was hast du hier? Ein bisschen am Chillen, nee. Kuni. Wir sind jetzt echt auch runter. Na gut. Oh, fuck. Ah, wir kommen wieder hoch. Ne, wir kommen nicht hoch. Da stehen ja Kisten im Gegensatz. Oh. Bitte sag mir nur nicht, dass wir gegen den Mantico agämpfen müssen. eigentlich relativ gute Positionen hier. So langsam hinten, wie man kommt immer hier eine zu. Ich seh. Relativ. Oh, Bainling. Nice. Oh, ich schieße zurück. Uh, gut. Irgendjemand lebt noch und hätten wir schon Punkte bekommen. Da steht in der Tasche, da gibt es Fliegeviecher. Da sind ja die Punkte. Medipack. Sag bloß, ich hätte ja das ganze Areal zum Kampf benutzen können. Oh Gott. Ich renne einfach nur da unten in einem Eck rum. Wie so eine Ratte im Labyrinth. Oh, oh, oh. Geht es hier hin? Da blitzt und donnert es. Da ist ja überhaupt nichts mehr. Hey, da ist so ein Ding. Wasa? Und da klingt ein Telefon. Und da werde ich angegriffen. Und ich kann nicht mehr los bringen. Und da muss ich nach oben. Oh Gott. Totale Überforderung. Ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Na los, es kommt schon. Nein. Nein. Es sind so viele. Wir haben die Sterne. Wir haben die Sterne. Ich sag mal, es gibt so nicht, dass ich keinen einzigen triffe. Kommt schon in Deckung. Nein, ich sag mal jemanden erwischt. Da haben wir noch welche erwischt. Aber noch welche erwischt. So muss das. Es gibt Millionen von denen. Was ist denn da los? Und wir treffen echt was, die jedes Mal welche. Aber es werden mehr. Es werden immer mehr. Seht ihr das? Mal den da oben. Es gibt es doch nicht. Wir treffen sie einfach nicht. Ich bin... Es kribbelt mich so in den Fingern, auf eine richtige Waffe zu wechseln. Aber wir werden es durchziehen. Komm schon. Der Sterbezdreck ist... Meint ihr, das Kabel ist ein Weg? Ich muss healen. Das war doch jetzt gerade ein Volltreffer, oder? Das war nicht. Ja, Halleluja. Oh Gott, was? Und ich falle runter. Keine Bainlinge? Na dann, geh mal hier einfach mal mitten rein und machen einen Rundumschlag. Und weil einer bestimmt nicht reicht, machen wir noch einen Rundumschlag. Wo ist denn jetzt, he? Daneben? Ah, ne. Wo sind eigentlich diese Schwertkämpfer hin, die sich so unsichtbar machen konnten? Weißt ihr, was ich meine? Hier hatten wir doch vor ein oder zwei Leveln mal. So, darf ich jetzt vielleicht... Oh, fuck this shit, man. Wie kacke ist denn dieses Haus oder dieses Gerüst hier aufgebaut? Und er stolpert hier eh so rum, als wäre er bis zu offen. So, jetzt hast du... Kann ich da rüber laufen? Geh doch. Ja, stirb. Hier sind jetzt meine Ladies. Mir wurden Ladies versprochen. Und deshalb sind wir jetzt hier. Okay. Ich beschwer mich nicht. Halt. Geht's hier hin? Ah, da geht's weiter. Okay. Guck mal natürlich erstmal hier rein. Was sich völlig sinnlos erwiesen hat. Was gibt's hier noch weiter? Really? Really? 26 Gold. Was Besseres haben sie hier hinten nicht ablegen können. Toll. Und es zählt nicht mal als Secret. Na dann.